mit Zauber oder Hexerei auf den rechten Lebensweg bringen will, kann Fontane nicht akzeptieren. Ja, er reagiert darauf mit Abscheu. Spürt er darin etwas von der manipulativen Pädagogik, die Storm seinen drei Söhnen und vier Töchtern angedeihen ließ? In seiner Erziehungsarbeit steht Storm wie an seine Kinder gefesselt. Auch wenn ihn eine Krankheit niederwirft, legt ihm die Fessel an und lässt nicht locker. Zitat Ach, mein Lisbeth, es ist so schwer, vom Bett aus alles zu dirigieren. Das schreibt er an die Älteste, noch als sie 31 Jahre alt ist. Soweit Fontane und Storm.